Hallo, grüß euch. Ich bin Leonie. Willkommen bei der Firma Rosensteiner. Ich zeig euch heute, was wir so machen. Kommt's mal mit. Hey, schaut's mal, da ist man schön. Hallo Andreas. Hallo Leonie. Grüß euch. Möchtest du uns ein wenig was über die Firma erzählen? Ja, sicher euch. Ja, wisst ihr was? Gebt uns heute 1982. Auf dem stammt jetzt seit 1986. Und zusammen sind wir mittlerweile 27 Leute. Exportieren dann unsere Produkte nach halb Europa. Bestand, ja. Aber der nächste Schritt ist ja schon in der Mache an den neuen Standort, was der nächste bezogen wird. Ja. Und schaut es euch heute so ein bisschen an? Ja, ich zeig es euch jetzt noch. Ja, dann. Viel Spaß. Danke. Hallo Leonie. Grüß dich ganz. Hast du schon deine Lehrabschlussberufen hinter dir? Ja, mit einem guten Erfolg. Du hast dich ja auch da gelernt, oder? Ja, 1984. Ja, schon lange her. Und jetzt tue ich das Oberlehrlinge ausgebildet. Als Metalltechniker. Grüß dich, Lehrlinge. Brauchst du über. Das stimmt. Naja, ich muss wieder weiter. Hey, Fred. Ist der Rezept in Frankreich schon fertig? Ja, vor allem. Wir sind mittendrin. Wir sind am Vormittag noch fertig und am Nachmittag machen wir dafür die Lieferung für auch schon noch. Ja, coole Sache. Ich schaue wieder weiter. Jawohl. Hallo, Leonie. Hast du den Operationsstand bei der Universität Leipzig schon gesehen? Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Das ist ein ganz entspannendes Projekt, der integrieren wir einen Operationsstand an einem LKW in den Nahrungsdang für Kühe sozusagen. Langsam. Ha, seid ihr schon fertig? Sind gerade fertig geworden, ja. Ja, cool. Ich schaue jetzt aus jetzt an unserem eigenen Standort und wollt ihr? Fahrt ihr mit? Ja, gern. Und das wird unser neuer, moderner Standort. Direkt an der B122 in Waldenkirchen. Nächste werden wir reinziehen. Lässig. Und wo ist mein Schreibtisch? Genau da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.